Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Titel dieser Aktuellen Stunde heißt Was bleibt von den Vorschlägen des Effizienzteams übrig? 80 Prozent, vielleicht auch nur 70 Prozent dieser Aussprache hier, dieser Debatte, haben sich mit dem Thema überhaupt nicht befasst. Das mal festzuhalten. Der Kollege Wedel hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es kommt nichts mehr. Es ist alles bereits vollbracht gewesen, in dem Zeitpunkt oder vielleicht im Verlauf, als das Effizienzteam gearbeitet hat. Was hat es gearbeitet? Die Menschen im Land sollen doch mal begreifen, und dem dient doch diese Aktuelle Stunde, was da gearbeitet worden ist, was für Ergebnisse da rausgekommen sind. Und dann könnten wir uns damit auseinandersetzen. Aber hier wird drumherum geredet. Jeder redet hier drumherum. Ich vielleicht auch. Ich habe aber eben, andere Kollegen auch, insbesondere die natürlich von der Opposition, weil die regierungstragenden Fraktionen werden sich kaum hier hinstellen und sich mit dem Bericht tatsächlich ernsthaft auseinandersetzen und ihn mal hier vor allen Dingen rechtfertigen, dann müssten sie nämlich in die Einzelaspekte gehen, wie zum Beispiel den Aspekt Schulaufsicht. Das müssen die Menschen im Lande einfach mal erfahren, was da in diesem Effizienzteam gemacht worden ist. Und wie das so mit der Landesregierung und den Fraktionen und der Regierungsfraktionen und der Opposition zusammenhängt. Im Mai 2014 hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung einen Bericht über die Auswirkungen des Schulkonsenses unter anderem, und zwar explizit, auf die Schulaufsicht dem zuständigen Landtagsausschuss vorgelegt. Jetzt kommt das Effizienzteam. Und was macht das Effizienzteam? Es regt an, ein Gutachten zu Aspekten der Effizienzaufgabenwahrnehmung und Rollenklärung der Schulaufsicht zu vergeben. Hört, hört. Das Effizienzteam will ein Gutachten über Effizienz haben. Und welche Erkenntnis ziehen wir noch daraus? Die Landesregierung, der Finanzminister ist immerhin Vorsitzender dieses Effizienzteams gewesen, traut sich selbst nicht über den Weg. Das ist die Erkenntnis des Effizienzteams. Und das zeigt im Prinzip auf, dass dieses Effizienzteam festgestellt hat, dass die Landesregierung nicht effizient ist. Die Landesregierung, wohl bemerkt, die Landesregierung. Es geht gar nicht um die Frage der Kosten, die Frage der strukturellen Einsparungen. Es geht hier scheinbar auch teilweise darum festzustellen, ob die anderen Ministerien überhaupt wissen, was sie tun. Aber hier weiß offenbar die Linke nicht, was die Rechte tun oder umgekehrt. Nächster Punkt. Förderprogramme und sonstige Landesleistungen. Das Effizienzteam hat zwei unterschiedliche Sparmaßnahmen bei Förderprogrammen initiiert. Umstellung der Förderung von einem Anteiligen Zuschuss des Landes auf ein Darlehen der NRW-Bank. Oh, was für eine Wahnsinnserkenntnis. Lange schon getan. Immer wieder. Seit dem ersten Tag, als ich in diesem Landtag war, im Haushalts- und Finanzausschuss, ist mir das bekannt. Das heißt, drei Jahre später gibt es immer noch keine neue Erkenntnis. Und nein, es wird natürlich das, was eigentlich Aufgabe des Landes ist und auch des Landeshaushalts ist, verschoben, nämlich die Förderung von Unternehmen, von Kultur und so weiter und so fort, von Wirtschaft, verschoben in die NRW-Bank, in einen Schattenhaushalt mit einer Bilanzsumme von, ich glaube, 180 Milliarden. Dreifache des Landeshaushalts, das ist natürlich einfach. Da sagt man einfach, wir machen es nicht mehr selber, sondern es macht ein anderer. Ganz großartig. Ganz großartig. Und dann natürlich ein Landesunternehmen. Selbstverständlich, die NRW-Bank gehört dem Land Nordrhein-Westfalen. Kürzung von Zuschüssen, Streichung von Doppelförderung, Anpassung der Fördermittel an Vorjahresniveaus, sukzessives Auslaufen der Förderung. Ich glaube, Herr Wedel war es, er sagte oder überhaupt nicht. Selbstverständlichkeiten sind dort enthalten. Das Effizienztiel empfiehlt, die Übertragung weiterer Förderprogramme und Beratungsleistungen auf die NRW-Bank zu prüfen. Zu prüfen. Es wird gemacht, es ist Praxis. Was soll das? Nächster Punkt. Demografiegewinne. An einigen Stellen ist natürlich da zu Recht im Abschlussbericht die Rede. Denn immerhin 50 Seiten Demografiegutachten von PricewaterhouseCoopers erfordern das sicherlich. Da steht dann so eine Erkenntnis auf Seite 52 des Berichts, wenn weniger, also sinngemäß, wenn weniger Kinder geboren werden, gehen weniger Kinder zur Schule. Da braucht man weniger Lehrer. Solche Feststellungen ziehen sich durch den gesamten Bericht. Ich hätte erwartet, liebe regierungstragende Fraktionen, auch lieber Herr Finanzminister, dass Sie sich hier hinstellen und einmal vielleicht, na ich sage mal, kleiner machen, als es hier mit dem Effizienzteam Abschlussbericht verkauft wird und sagen, wir haben uns wesentlich mehr erwartet von uns selbst, von dem Effizienzteam, von den Experten. Und es hat leider nicht, es ist am Ende leider nicht so ausgegangen. Ich erwarte ja gar nicht, auch als Einvertreter der Menschen in diesem Lande, dass Sie sich hierhin stellen und dafür entschuldigen. Aber doch zumindest einfach mal eingestehen, dass das Effizienzteam dreieinhalb Jahre nichts anderes getan hat, als zu tagen und keine Effizienz hervorzubringen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kohl.